Das Team ist da, der Jörg fehlt auf seinem Stuhl. Da sieht man den Autofokus der guten alten GH5 in Rheinkultur. Und willkommen zu einer weiteren Folge in unserem schönen Let's Play. Ihr müsst so langsam ein bisschen nachwerfen, Leute. Also wenn ihr wollt, dass es hier weitergeht. Und wir sind ja hier mitten in einer spannenden Schlacht immer noch. Ich erinnere daran, was das Problem ist. Diese Scheiß-Fahrschützen hier, schöne Flagge, haben sich viel Mühe gegeben. Die sind das Problem, also eins der Probleme, aber so das Hauptproblem. Und deswegen läuft ja unser Hurtig-Sprintender Moe aufsieht so. In der Hoffnung, dass er da ein Schussfeld hat. Genau, und ansonsten, Newek geht es immer noch nicht so super gut. Und der darf sich jetzt erst mal bandagieren. Es war kein super Bandagierer mit 21 Met, aber die anderen brauche ich, um zu schießen und zu töten. Und wer kann besser töten als Grunty? Boah, kaum gesagt, schon getan. Fast zumindest. Da hat es gespritzt. Die Bunz denkt sich, naja, wenn das der Grunty kann, kann ich das auch. Und das war es dann aber auch schon wieder. Ist sie auch verwundet? Amscheinend, ja. Also sie ist nicht verwundet, aber sie hat hier nicht alle Hit-Points. Ein ziemliches Schlachtfeld, das wir hier angerichtet haben. Aber jetzt haben wir noch beide Frontschweine übrig, nämlich Lodger. Und leider sind sie zu weit auseinander, sonst würde ich da mal eine Granate werfen. Und ich hatte ja auch die fixe Idee, vielleicht da hoch zu werfen, aber mal eins nach dem anderen. Ich glaube, jetzt hat er keine Sichtlinie ge... Ne. Was ist denn mit Kriesing? Kriesing hat sie. Was ist denn die Zweitwaffe von Kriesing? Ne, das reicht mir eigentlich. So, langsam Wund schießen. Dummerweise trifft er erst ab hier. Aber er müsste immer noch ein bisschen Deckung haben vor denen hier. Der Lodger. Aber warum trifft er so schlecht? Was ist denn das Problem? Kann ich schon wieder eine meiner wertvollen Stabgranaten hier einsetzen? Also das ist echt lustig. Er sieht nur die Arme quasi mit dem Gewehr hervorlugen. Aber das kann man eigentlich vergessen. Dann kriegt er hier von hinten eine Granate ab. Boah, das war geil. Da ist das nur noch... Das war gar nicht geplant von euch. Ich habe es natürlich vor... Nein, habe ich nicht. Sehr gute Kettenreaktion. Und jetzt kann er sogar noch in Deckung sprinten. Dann gehen wir noch runter. So, guter Zug. So lobe ich mir das. Und der erste Blick nach rechts hat mir verraten, ich... Gerade noch rechtzeitig, bevor ihr angerufen habt, wie bei dem Live-Event. Und... Genau. So. Dass ich noch nicht mich klein geschaltet hatte. Ihr stellt euch dieses Let's Playen wahrscheinlich einfacher vor, als es ist. Zumindest für Menschen mit meinen geistigen Reserven. Das war nix. Oh, Scharfschütze. Oh nein, 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 nein. Nicht auf Grunty. Puh. Noch einer. Die haben vier Scharfschützen, die Schweine. Da wird auch irgendwann mal einer treffen. Aber solange sie auf Grunty schießen und nicht treffen, kann Mose sich in aller Ruhe ihn nähern. Na, das war ja mal ein Satz mit einem riesengroßen X. Gut. Dann... Treffen wir ab hier. Und hier habe ich sogar noch... Na, da können mich die anderen Beereignisse... Das will ich gar nicht. Da habe ich zwar keine Deckung, aber... Ähm... Ja, ich glaube, das ist die bessere Idee. Hier wäre halt ein richtiges Scharfschützengewehr richtig gut. Aber 75% in den Kopf. Yes! Mo, ich möchte ein Kind mit dir! Sagt das seiner Freundin nicht. Fragt sich sonst, ob sich nochmals zu einem Redaktionsbesuch lässt. So. Und dann verziehen wir uns noch in Deckung. Perfekter Zug von Mo. So. Ja, Banz, du bist genügend verbunden. Jetzt geht es wieder an die Arbeit. Ähm... So. Und zwar... Äh, ist überall so ein bisschen unsicher. Aber hier... Sie ist echt nicht schlecht, die Dame. Und du darfst auch ein bisschen vorrocknen. Ja, genau so guckst du aus. Siehst so aus. Ein Streifuss-Wahnsinn. Aber auch der wird irgendwann abgearbeitet sein. Und wir haben ja noch Lotfer hier rumdiletieren. Äh... Der Lotfer... Hm. Ich glaube, der geht mal hier rum. Das gefällt mir nicht da hinten mit dem Flanken-Baby hier. Vielleicht kommt der auch angerannt. Und Kriesing... Nee, du hast schon... Kriesing geht wieder hier hin. Und hat jetzt freie Fussbahn. Auf die Arme und die Beine. Erstmal die Beine. Äh, die Arme. Und dann die Beine. Die kämpfen halt durch dieses Anschießen. Auch wenn er sich viel Schaden macht. Kontinuierlich unter ihren Maximalfähigkeiten. Das wirkt sich dann schon aus. Ich glaube, die Feinde treffen Grunty deswegen nicht. Nicht, weil er nicht charakteristisch rot gefärbt ist. Irgendwie... Irgendwas ist da passiert. So. Der Scharf jetzt hat immer noch nicht die Gefahr erkannt. Was ruft denn der Mauder hinten? Der wird doch gar nicht beschossen. Kleiner Feigling. Ich habe doch keinen Kippen. So. Ah, ich muss zurück. Bis hier hin. Und dann... Ja, das sehe ich. Aber durch deine speziellen Boni kannst du halt immer auch aus Unwahrscheinlichen... Yes! Und hat sogar Diamanten dabei. Darf ich nicht vergessen, nachher hochzukraxeln. Ach, der immer seine Schüsse noch. Und da... Also ich weiß nicht, ob das sogar ein Imba-Fehler ist. Dadurch, dass er nicht ein... Ah gut, mit dem Fahrschützengewehr wäre er noch tödlicher. Dadurch, dass er dieses geile, unsere einzige gute Waffe hat, kann er halt immer eine Salve abgeben. Und da addiert sich einiges auf. Die niedrigen Angriffskosten, dadurch kann er häufig erzielen. Er hat aber auch gerade panzerbrechende Munition, das hilft natürlich. Und dann halt nicht zu vergessen, seine beiden Vorteile. Flankierer, weiß nicht, ob das zählt hier, aber vor allem diese garantierte minimale Genauigkeit. Und natürlich seine geilen Werte. 96 gerade nochmal gesteigert. Wahnsinn. Ja, dann hat er hier eigentlich seinen Soll erfüllt. Aber ich glaube, den in den Rücken zu schießen, wird ihm auch weiterhin Spaß machen. So. Der Nieweg verbindet immer noch hilflos vor sich hin. Und Grunty... ...hat ihn jetzt erlegt. Jawoll! So, jetzt sind es nur noch zwei, plus der hier hinten. Kümmern uns erst mal um den. Von wo treffe ich dich? Von hier. Und bin sogar neben nicht in Deckung. Wie er das Anvisieren schon spürt, der Feind. So, und dann würde ich sagen, kommt... Ja, ist ein bisschen riskant wegen Fahrpfützen, aber mal so ein Treffer abkriegen. Das geht schon. Ja, ich weiß nicht, über mich! Und jetzt ein Stoß von hinten. Hat kaum noch Ammo, sagt er. Dann muss die Sonderguards Monika noch helfen. Ja, ein bisschen riskant, aber ich habe ja schon die Gegner schon rein sehr ausgedünnt. Das kann man schon mal machen. Ja, das ist doch ein sicherer Kill. Make it 100. Nein! Da habe ich nur auf die Prozentchance geschaut, nicht auf den Schaden. Na gut, gucken wir mal, was passiert. Ein bisschen exponiert sind wir jetzt. Oh, das ging ins Gesicht. Es sind doch noch drei da unten drin. Davon alle Fahrpfützen. Jetzt machen sie ihren Trick hier. Da wäre es vielleicht mal besser gewesen. Oh! Zu schießen. Die Arme. Also, wenn die alle drei auf zum Beispiel Krisen geschossen hätten, wäre der jetzt soweit 20 Prozent Hitpoints. So allerdings, sagt Lotfer leise. Sayonara. China! Und Krisen. Jetzt gedacht, dass ich auf die beiden besser schießen kann. Da geht ja schon. Ah, Fucko. Wenn ich nicht lade, habe ich keine mehr. Wenn ich den nehme, habe ich nicht mehr. Ja, der will enttäuschen. Dann gehe ich auf Einzelschuss. Achso, ich bin eh schon auf Einzelschuss. Hm. Ja. Der zählt nicht. Im Sinne. Oh, oh. Ja. Das ist außer Sichtweite von den Buben. Aber sonst was abkriegen und die ist eh schon verwundet. Darum. Hoffen wir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schlecht, sage ich euch. My thoughts exactly. Die kriegt jetzt unter Umständen was ab. Dann andere Strategie von Grunty. Schlechte Strategie. Das kann ja nicht sein. Gar nichts. Okay. Und versucht, Grunty wegzukommen. Der muss halt außer Sichtweite. Also zum Beispiel hier hin. Ah, er kann hier noch helfen. Ne. Ich glaube, ich mache das mal auf Nummer sicher. So, der Zeder, dummerweise, er kriegt Cs einen kritischen Treffer ab. Ich glaube, es überlebt es. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Gut. Und Moe? Vielleicht kann Moe noch was retten. Weil zumindest D... Ah, den hier. Ah, just der ist in Deckung. Na ja, dann tut er dem zumindest weh. Das ist so geil. Oh, aber keine Munition mehr bald. Das ist das Blöde bei guten Waffen, wenn man die früh hat. Okay, die haben jetzt tatsächlich nicht getroffen. Da hatte aber jemand Glück. Oh. Wo kam denn der Fuß her? Von hinten. Der Moe ist plötzlich... Hier. Also die Monika hatte Glück, dass der nicht getroffen hat. Aber was ist denn mit ihm hier passiert? Wo kam denn der Fuß her? Ich sehe nichts. Oder kam der gar nicht von hinten? Ah, hier ist noch einer. Schön, dass man nicht sieht, was daraus geworden ist. Drei Fuß. Ich glaube, Moe legt sich mal lieber hin. Also nicht auf Dauer für ein Schläfchen, sondern... zur Erhaltung der Kampfkraft und des Lebens. So, wie komme ich an dich ran? Na ja, wenn nicht so, dann zeige ich euch gleich... Nämlich so, dass hier auch noch was kaputt geht. Und die anderen den besser treffen können. Das finde ich halt auch schön. Kann doch einiges kaputt machen. Strukturell bis hin zum... Um zu teilen, zumindest des Bodens bei solchen Konstruktionen. Wo dann Leute wirklich runterfallen und massivsten Schaden nehmen. So, es hat Griesing hier ein freies Einschussfeld. Ja, das probieren wir auch noch mal. Nein! Und nur noch elf Schuss übrig. Ja, Freunde, wir kriegen ja ein Munitionsproblem. Aber jetzt nächste Runde. So, Monika. Hast dich noch mal davon gemogelt. Die Monika! Und Grunty. Grunty bietet sich als Alternativziel an. Außerdem ist er beleidigt, dass er so lange keine blutigen Wunden mehr davon getragen hat. Fühlt sich ungeliebt. So, der Lodger geht jetzt hier auf Risiko. Aber der Mo ist ja auch noch da. Genau. Dem ist auch nichts passiert. Ich hatte echt Angst, dass da irgendwie einer hinten steht oder so. So, die letzten acht Schuss. Also, ich sehe schon, wir haben ein Munitionsproblem. Das war's! Ich bin sehr zufrieden mit mir. Hätte auch schlechter laufen können. Es gab auch irgendeine Taste, glaube ich, um alle nachladen zu lassen. Ich weiß, sie ist noch nicht mehr. Was do you want? Ready! What? Nur noch fünf Standardschuss. Das ist echt schwach. Monika Sandegar ist hier. Was? Dann sammeln wir mal die ganzen Schätze hier ein. Das ist bestimmt was. Hier hätte man sich auch durchmogeln können. Aber wisst ihr was? Falls ich hier mal verteidigen muss, lasse ich das. Weil das hilft ja im Zweifel den Angreifern, wenn ich jetzt hier ein Loch reinmache. Ist alles auf der anderen Seite. Dann kommt mal wieder her. Heading out. Let's go! Hier können wir uns mal genau umgucken. Packbares Gerät. Das übernimmt natürlich nie weg. Ja, aber die Einschläge kommen näher. Also, ich habe da echt gut gespielt, möchte ich behaupten. Also, Schlüssel zum Sieg war da oder zum, sag ich mal, ja, Sieg ohne Verluste war, dass ich den Motor um die Kuppe habe laufen lassen. Aber, ähm, die Einschläge kommen näher. Also, ihr seht's ja. Kein Kampf mehr ohne einige Verwundungen. Heading out. Let's keep moving! Also, würde mich nicht wundern, wenn wir keine User-Söldner-Überbevölkerung in Staffel 3 hätten. Ah, endlich, endlich, endlich! Gleich zwei wichtige Sachen. Warschauer Pakt-Munition, wenn es auch ein inkompatibler Typ ist. Wir haben bislang Panzerbrechend und Standard. Und, viel wichtiger. Ähm, die Warschauer Pakt 7,6, äh, 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 die Medizin, wollte ich sagen. Hier könnte noch irgendwas versteckt sein. Let's go. Nö? I will lead. You will lead? Okay. We are moving. There is some loot in here. Gott, das ärgert mich so. Ich habe es ja dann mit den Söldneranmerkungen nachgetragen, was ich da geschafft habe letzten Sonntags. Ah, sehr gut. Ich glaube, Nivek könnte das gut gebrauchen. Diamantenlieferung. Und nochmal ein AK47. Ich bin zufrieden. Gewesen, gewesen, gewesen. Besserung. Besserung folgt. Das war das von da oben, aber nur zur allerletzten Sicherheit. Kletter ich mal hoch, nicht? Ah, da ist noch was anderes. Ah, da ist einer dieser Sessel. Sehr gut. Wo ja in einem was ganz teures drin sein soll. Da weiß ich auch nicht, gibt es wirklich den einen oder zählt er einfach und beim zwölften hat man dann quasi diesen Bonus. Ich bin relativ sicher, dass letzteres der Fall ist. Genau, dann wieder runter. Gut. Damit ist diese Insel unter unserer Kontrolle, aber dass ein Stützpunkt ist, können wir den jetzt auch mit Milizen besetzen. Das sollten wir auch tun, weil der kontrolliere ist die gesamte Fjord oder was immer das sein soll. Die Bunz ist okay beieinander. Griesing auch. Moe hat selbst was abgekriegt, darf sich aber meines Wissens auch selbst verarzten. Und Grunty kümmert sich um die Ausrüstung. Es ist eigentlich sinnvoll, die schlechteren nach vorne zu stellen. Wenn man es dann abbricht, sind die schon repariert. Das ist nicht so, dass man quasi dann erst in der letzten Sekunde die Reparatur durchführt. Also sukzessive gemacht. Ich wünschte mir trotzdem, man könnte hier mehr Sachen reinwerfen. Na ja, kein Lafnikovs. Na ja, ne, machen wir mal die Rüstung noch. So, irgendjemand noch unterbeschäftigt. Was macht denn Lodger so? Halt! Was macht denn Lodger so? Der ist als einziger ohne Aufgabe. Da wir ein bisschen länger trainieren werden, sollte er doch mal wieder aufklären gehen. So. Nein, 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 nein. So. Jetzt macht mal halblang, genau. Jetzt haben wir hier diese Gruppe und da wollen wir jetzt den hier erobern. Aber das sind jetzt mittlerweile doch schon wieder acht Leute und demnächst senden die einen Trupp aus. Ich kann natürlich einerseits warten oder genau das quasi erhoffen. Ich werde dann nach unten laufen, hoffentlich hier drauf gehen und dann angreifen. Ich gucke mal, was passiert, weil ich wieder diesen Hafen wieder haben. Das geht da durch. Gehen wir erstmal hier lang. Ja, natürlich. Ihr seht auch, wie schnell das bei fähigen Ausbildern geht im Vergleich zu nicht so fähigen wie denen hier. Der fängt jetzt an rauszulaufen. Perfekt. Das haben wir jetzt gerade. Hier ist irgendwas fertig. Was ist denn fertig? Die Reparatur ist fertig korrekt. Ja. Heilung läuft noch. Dann soll das sich ausruhen, der Grunty. Ja, wobei, wer rastet, der rostet. Jetzt darfst du dich ausruhen. So, jetzt ist das wieder bei uns. Und hier haben wir doch noch Medizin kommen lassen. Aber wo ist die? Halt, ich bin im falschen Trupp. Hier ist sie. Haben wir doch einen gekauft, erinnert ihr euch? Und ihr seht ja mittlerweile, wie dringend wir das brauchen. Ihr seht aber auch, unsere Munitionsfuhre, die gut ist, das ist der kleinere Trupp, sind echt, echt, echt nicht mehr so super. So, jetzt würde ich die Chance nutzen, weil der läuft jetzt offensichtlich aus Gründen, die niemand sagt. Ah nee, der läuft hierher, glaube ich. Schaut ja. Das wollen wir natürlich nicht. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass die ständig neue Leute ausbilden. Das sind acht. Hier sind nur vier drin. Ja, wenn ich das zulasse. Die Frage ist, ob ich es schaffe, hier hinzulaufen, zurück und dann hinterher zu laufen. Was sonst? Muss ich das wieder... Die scheinen das zu merken und da hinzulaufen? Nee, oder? Halt! Naja, jetzt habe ich mich sozusagen entschieden. Das war jetzt natürlich ungut. Ob ich da erst hinlaufe? Naja, also. Und was jetzt ganz bekifft ist, wenn ich jetzt abbreche, fahren sie sofort zurück, aber... Oder auch nicht. Doch, das ist wirklich dämlich. Habt ihr gesehen? Ich wollte sie doch da hinschicken. Ich warte jetzt quasi hier auf die, aber natürlich nicht nur das. Ich nutze natürlich das auch, um die Milizen auf Vordermann zu bringen. So. Und SATA muss auch noch den ersten Kampfeinsatz erleben. So. Ja, komm. Genau. Und MD ist am wenigsten lange im Team. Darf sich einen hinter die Binde kippen. So. Jetzt haben wir bei diesen Freunden das Maximum, was wir haben. Und dann holen die sich dieses Teil, bevor wir dann zum Flüchtlingslager weitergehen. Einverstanden? Mal gucken. Warum sind hier noch Menschen verletzt? Ist halt so. Halt haben wir alles. Ja. Was wäre es beschäftigt? Der Lodger. Wie lange denn noch? Noch zwei Tage. Naja, so wichtig ist man es nicht. Und jetzt könnte ich das auch sehr komfortabel, den Lodger quasi zurücklassen, aber... So. Ja, das hätte wahrscheinlich gereicht, hin und her zu fahren. Der will quasi hier hin, aber das wird er nicht schaffen, weil da fehlen ja meine Leute drin. Ja, ich weiß noch, ob wir in 10, 15 Minuten noch zwei Kämpfe schaffen. Aber ich denke, der hier wird es ja schnell gehen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ach, ich muss nur auf H drücken, dann geht es ja automatisch in die Hockey. Das muss mir mal auch jemand sagen. Was war das denn? Ah, das war, wo der Larry drin ist und hier hat Sprengfallen Galor. Da ich das weiß... Tut mir leid, kann ich ja nicht aus meinem Hirn raus operieren. Schicken wir mal unseren Minenfang alleine vor. Okay. Steht er tatsächlich? Der steht dahinter. Ich hätte jetzt so gern die... Die Sascha dabei. Ah ja. Keine Ausregung. Halt, der Mo muss hier hin. Yes? Quiet. Moving. Ready. Quiet. Und er öffnet jetzt. Die Schlacht. Und ich glaube, die haben es gar nicht gehört. Nee. Jemand sterben sehen. Okay. Das war Gruntys Begrüßungssalbe. Und die stehen relativ kompakt. Aber dafür verschwende ich jetzt keine Granate. Also ich glaube, dass die relativ einfach zu packen sind. Dann müsst ihr eigentlich nochmal schießen können. Ah! Das Geile ist, dass halt jetzt ohne speziellen Überwachungsbefehl auf alles schießt, was hier reinläuft. Also das Maschinengewehr, sie haben es genervt. Aber es ist schon echt gut. Und da hier so viele stehen, mache ich auch in die Richtung noch ein Overwatch auf. Overwatch heißt es in Space Hulk im Brettspiel. Grunty gegen Messerkämpfer. Ach, den gucken wir jetzt einfach beim Heranlaufen vor und Schießen erst aus der näheren Distanz, wenn wir auch treffen. Genau so hältst der Lotfer und dann haben wir jetzt gleich Spaß. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Okay. Ja, da ist ein Grenadier irgendwo dabei. Da sollten wir aber feuch, kommt er nicht bis zu dem. So. Und gucken wir mal. Ob sich alle so verhalten, wie sie sollen. Ja, warum haben die nicht getriggert? Aber er jetzt. Hm. Ein bisschen enttäuschend. Keine Angriffe übrig, aber er kann. Mit Maschinengewehr, dem muss ich schon auch Aktionspunkte lassen am Ende seiner Runde, damit das funktioniert. Das war jetzt eher das Problem. Zum Glück sind das solche Loser. Zum Glück sind das solche Loser. Der hat gerade sein Magazin geleert. Was soll er machen? Er hat doch nur ein Messer. Aber er hätte gleich außen rumlaufen können. Er zieht doch den. Oh. Oh. Das hätte auch böser enden können. Au. 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 Der Nieweg. Nieweg hat die neue Kugelfangrolle. Bei Battle Brothers sah er auch immer sehr verbeult aus. Mit seiner Helle Barde war es, glaube ich. Gut. Dann hat Lotfer doch... Ach nee, mach immer mal. Bleib mal ganz ruhig hier. Warum trifft er denn da so schlecht? Naja, egal. Dann macht's die Monika. Das hat er noch gerufen, während er mit Kopftreffer zu Boden ging? Naja. Ready. Erstaunlich eigentlich. Ja, aber du bist Mo. Nicht gewaltlüstern. So, bisschen Rückzug hier. Und er schießt die dann nieder, wenn sie kommen. Wie sie hier aufgereiht sitzen und sich überlegen sollen, was sollen wir nicht? So, Grunty. Das machst du jetzt hier mit. Hier mit. Oh, da treffe ich. Wen soll ich denn da treffen, bitte? Da ist keinerlei Chance, irgendjemanden zu treffen. Ah, der macht so einen Gegenschuss. Aber... Ich bin doch nicht dabei. Oh, einen Vorabschuss macht er. Okay. Ja. Dann machen wir das nochmal. Oh, der Grunty hat sich jetzt halber ein bisschen hingelegt. Das ist auch eine Fähigkeit. Was? Ja, jetzt kriegst du auch der Creasing ab. Da kann man jetzt einfach nichts machen. Was? Was sind das hier für... Ihr müsst euch doch nicht alle zu Boden werfen. Na also. Ein bisschen komisch. Scheißt die Wand an. Ich möchte bitte etwas höflicher sich artikulierende Söldner in meinem Team haben. So. Lotcher. Was machen wir hier? Vielleicht hier mal decken. Yes. So. Die Zeit ist in drei Minuten um. Die theoretische Maximalzeit. Aber die haben wir glaube ich noch nie unterschritten. Aber schon öfters... Überfüllt. Ich dachte wir sind weit genug weg von der Scheißrohrbombe. Vorbombe. Yes. Oh fuck. Okay. Na gut. Dann finde ich darf Lotcher doch mal wieder eine Granate werfen. Das macht ihm einfach Spaß. Und wenn Lotcher Spaß hat, dann freuen sich alle. Und ich habe sowieso nur noch wenig Munition. What fails. It's all for the cat anyway. Genau. Und jetzt kannst du noch hinterherballern finde ich auf ihn hier. Also der Lotcher macht sich echt gut. So. The Creasing is coming. Going right now. Ready to shoot. I have no cover here. A good plan. Was ist denn das hier eigentlich? Molotow. Brauchen wir jetzt nicht. Was wir brauchen ist eine bessere Waffe. We have a very good chance to show this person a very bad time. Der ist ungeschützt und ungenau. Dann machen wir noch. Einen Oberkörper. Ne. Doch nicht. Ja. Dann muss es der. One and only. Nie weg darf noch. Huch. Hat er denn doch getroffen? Wahnsinn. Scheint schon. Scheint schon. Einzelschuss mit dem MG auch nicht schlecht. So. Es lebt nur noch der hier. Ein Fahrschütze. Und der hat ihn hier angedingsst. Das ist die Frage. Schafft es? Ne. Schafft es nicht. Dann gehen wir mal hier. Schön. Außer Sicht. Weil dann verpufft dieser Spezialangriff. Ja das ist natürlich taktisch auch idiotisch. Weil er wird nicht mehr zum Schuss kommen. So unangenehm das wäre. Also ich muss schon sagen die KI. Das habe ich aber schon im Test vor einem Jahr geschrieben. Die wird nicht besser. Also sie ist nicht toll. Wie andere Rezensenten teilweise die Empfindung hatten. Und zweitens sie wird auf Impossible auch nicht besser. Ich erinnere daran wir spielen hier auf Impossible. Das ist ja auch lustig mit diesem Skelett. Aber das werdet ihr schon merken. Wir haben uns durch unseren Regen Einsatz guter Waffen und Stabsgranaten und Co. Ich möchte mal sagen nicht in eine schwierige, aber doch in eine Knappheitssituation hinein manövriert. Wo ich mal gucken muss, wie wir damit umgehen. So. Dann darf Lodge schon mal wieder. Auch noch kurz. Ich dachte zumindest, dass wir ganz viele Mähen liegen. Aber ich bringe oft was durcheinander. Gd98. Ja. Da freut sich Neweck. Der alte Bastler. Ja. Da freut sich Neweck. Was ist das denn? Ja, da ist jemand reingelaufen. Und da läuft Larry rum. Nein, nicht laufen. Hallo, Larry. Ach, das ist ein Countdown. Weg! Jetzt habe ich es langsam kapiert. Muss man eigentlich nur in Bewegung bleiben. Das macht wahrscheinlich der Larry zum Spaß, oder? Cooler Hund, der Lodger. Ja, nur müsste man... Ah, da hat nicht mehr viel gefehlt. Ah, die soll mal explodieren. Neues Element mit diesen Countdowns, oder? Die holen wir uns und die andere trifft uns dann. Weg, 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 weg! Pfade. Gut. Gut. Und dann werden wir die nächste Folge mit dem Gespräch mit Larry beginnen. Ah, komm weg mit dem Mist. Okay, damit wir uns nicht vergessen, stelle ich mich so hin und sage Tschüss. Auf Wiedersehen. Untertitelung.